Hallo alle! Hi! Musikwatch! Herzlich willkommen! Ich bin's, Craig Cohen. Und Susanne. Und ich habe meine Nachmittagsbier. Das ist eigentlich das coolste Ding, mit einer eigenen Sendung zu machen. Du darfst machen, was du willst. Stimmt. Es gibt niemanden, der irgendwie dir vorschreibt, was du sagen darfst oder was nicht, was du trinken darfst oder auch nicht. Genau. Das ist der Vorteil, wenn man sich selber sowas ausdenkt und einfach macht. Stimmt. Und mein Bier von Today, mein Lieblingsbier heute, ist aus Ostdeutschland. Es heißt Oettinger Export. Und er ist immer kalt und kalt. Und günstig. Stimmt. Es war super günstig. Ja, weil ich habe einen Kasten, das besteht zu 20 Bier. Und es war billiger als 7 Euro. So, du kannst... You can do the math yourself. Also, was wir machen hier? Eigentlich eine Musiksendung, ne? Genau. Wir stellen vor, Künstler wie euch, vor. Ins Netz. Ich möchte gerne auch sagen, hier im Studio, wir haben ein Fenster auf, weil es ist wahnsinnig heiß. Und falls du Chocks und sowas hörst, ja, es tut uns leid, aber... Wir versuchen, laut und deutlich zu sprechen, wie ihr alles mitbekommt, was wir euch heute vorstellen wollen. Ja. Und das Musik, das ihr habt gerade gehört, das ist unser Tipp, Quick-Tipp. Und das war Künstler Woody Brown. Und das ist der Sommerhit, wenn du mich fragst. Und das Nummer heißt, no woman. So besorg mal. MySpace.com ist der Stoff, kannst du mal alles sagen? Ich hoffe, das ist MySpace.com slash Woody Brown Music. Und das ist Woody Brown? Ja. Ist das Woody Brown? Ich schaue mich. Okay. Der Bedeck ist MySpace.com, wo die Schauli-Brown hat schlieblich ist ein und es kommt auch noch ein paar Shout-outs, wir wollen sagen zu jeder, falls ihr jemanden berufen will oder etwas sagen um eine Masse, schreibt uns ein Mail info at musicwatch.eu und in der Subject oder Betrieb, schreibt einfach Shout-out und wer du bist und was du sagen möchtest. Genau und wir haben auch heute schon einen bekommen und zwar von Kai und Kai grüßt alle Leute, die genau wie er dieses Wochenende auf die Nature One fährt und richtig Party macht und haste Launen, die meisten von euch wissen bestimmt, was da abgehen wird, da ist dieses Wochenende großes Techno und Trend Festival und ja, da wird bestimmt die Luzi abgehen. Ja, allerdings. Und es gibt noch ein Festival und das ist das Heavy Metal Geschichte. Genau, das ist sogar ziemlich dicht hier bei uns in der Nähe. Wir sind ja hier in Schleswig-Holstein, ganz im Norden von Deutschland und dieses Heavy Metal Festival ist in Wacken, das ist noch ein bisschen Richtung Flensburg glaube ich. Und das ist ein ganz kleines Dorf und einmal im Jahr, ja, rocken wirklich selbst die, die ganz alten Dorfbewohner da ab mit den ganzen Neukriegenfahnen. Ja, da war ich nicht. Coole Stimmung auf jeden Fall. Ich war auch noch nicht da, aber die Bilder, die man immer sieht, ist schon richtig cool. Ja, so check it out. Und ich glaube wir kommen zu Künstler des Tages. Genau. Und eigentlich, ich habe diese Frau erstmal entdeckt und sie ist Sänger, Songwriter. Hauptinstrument ist Klavier. Ja. So, wir haben natürlich ihre Seite ausgecheckt und wir müssten gerne teilen mit euch, was wir gelernt haben. Und ihr könnt natürlich in eurer Gelegenheit auch mal Josephine besuchen in MySpace. Und ihre URL lautet? Das ist www.myspace.com slash im, also im Josephine. Ja, I am Josephine. Und erstmal muss ich ehrlich sagen, ich war, wie sagt man, es war ihre Bilder. Das hat mich so attracted vom ersten Blick, weil sie ist echt hübsch. Ich dachte vielleicht sie war ein Model, aber nein. Das könnte sie sein. Ja, stimmt. Also von den Bildern, die sehen auch ziemlich professionell gemacht aus. Ja. Und es sind sehr, sehr schöne Bilder von ihr, die sie auch teilweise zu ihren einzelnen Songs als Slideshow dazu gemacht hat. Und ja, ich kann es verstehen, dass du als erstes rein visuell auf ihrer Seite eingeblieben bist. Aber sie hat nicht nur jetzt wirklich eine schöne Optik zu bieten, sondern sie macht auch eigentlich ganz schöne Musik. Ja. Nicht nur eigentlich. Also ich war sehr überrascht, als ich mir einige Titel angehört habe von ihrer Stimme. Also ich habe rein von den Fotos eine andere Stimme erwartet. Sie hat eine sehr dunkle und tiefe, weiche Stimme. Und ja, ich finde das ist Musik, zu der man richtig cool zu Hause in Ruhe mal relaxen kann, mal ein bisschen chillen kann, genau. Einfach mal vom Stress, vom Alltag irgendwie ein bisschen abspannen möchte. Ja, aber im Gegensatz zu dir, ich dachte doch, dass die Stimme passt, weil von den Bildern mindestens, sie ist nicht schmal, oder? Also ich finde schon. Echt? Ich finde, dass sie ist groß. Aber das weiß ich nicht, weil solche Details haben wir nicht bekommen. Also auf jeden Fall scheint sie absolut durchdringer zu sein, weil, wie sie auch in ihrem Profi schreibt, sie war früher, hat es absolut profimäßig betrieben, den Sport der rhythmischen Sportgymnastik heißt das, glaube ich. Und mit täglichem Training und allem. Also da bist du absolut fit, wenn du sowas wirklich schon professionell machst. Und ich finde, sie sieht auch absolut fit aus. Aber wenn ich sie vergleiche zu einem Majorstar wie, was weiß ich, Annie Winehouse oder so. Sie für mich ist schmal, obwohl ich war niemals... Man kann schon sagen dünn, mittlerweile. Okay, okay. Wenn sie normal ist. Aber ich finde, dass Josephine, also sie kann auch für sich selbst entscheiden, aber ich finde sie nicht so schmal. Und diese tiefe Stimme, ich glaube, passt schon doch. Das erste Nummer, das ich gehört war Ain't No Sunshine. Kann ich eine Gitarre haben? Klar. Und was ich cool finde von dieses Lied ist, weil ich selbst mache Musik, wie viele von euch schon weißt. Und das ist eine starre Nummer von mir. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. There ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime that she goes away. Und deswegen war ich so, uh, ich muss mal draufklicken und hören, wie sie das spielt. Vielleicht solltet ihr das mal irgendwann zusammenspielen. Wer weiß, ich bin immer offen. Besonders, wenn du so schön bist. So, ruf mal an. Okay, so, wir checken mal aus Ain't No Sunshine von Josephine. Ein paar Takte und es geht so.